Hallo alle zusammen, mein Name ist Ivan und wir sind wieder bei Star Fitness Rending in Wien, bereit für Salsa, Salsa Tonic, Dance Workout, Dance Aerobic Workout based on Salsa. So meine Liebe macht euch bereit, heute fängt man mit unserer Aufwärmung, kommen Grundschritte und zum Schluss wir haben eine Choreografie. So macht euch bereit, braucht ein bisschen mehr Musik und wir fängt an. Wir sind schon mal an, wenn wir hier. Wir sind schon mal an, wenn wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Blohm tun. Blech mal da. Dust. Na, brauche kein Problem. Deine Becker. Dust. 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 So. 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 Einmal einmal, einmal zu den Kloenten, sage ein. Punkt, zu den Kloenten. Punkt, zu den Kloenten. Piano. Très. Achtung. Tremde tus konsurus. Nice. Daj, dad. Okay, Achtung, das ist ein Kroi, das ist ein Kroi, das ist ein Kroi, das ist ein Kroi. Weiter, 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 einmal vorne, einmal zurückkreuzen und vorne, zurück, weiter, weiter, weiter. Vier, drei, Achtung, zwei noch. Letzter, und sehr gut. So, einfach locker, cool. Ab und rechts, links, rechts, links. Okay, ein großer Kreis, Richtung wechseln, strecken, strecken, andere Seite. Bam! So,住cm, zwei, Kunz, Bäume. Bum! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achtung! Ok, Seite-Side, auf den links und auf den rechts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, und dann wieder. Und dann wieder. Probieren wir nochmal, Seite-Side, Achtung! Und dieses mal bringen wir rechte Poh mit linken Fuß, und linken Poh mit rechten Fuß. Hände hoch, und hinten hoch. So, wir machen das gleiche, aufentschlissen, aufentschlissen und wir haben die Arme dazu. Rechts hoch, linken hoch. Achtung, Rundschritt links vorne. 1, 2, 3, 5, 6, 7, links immer 1, rechts immer 5, 1, 2, 3, 5, 7, 7. Noch einmal, links, zurück, rechts, zurück. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Side to Side. Auf die Mando. 1, 2, 3, 4, einfach spitze. Tep, tep. Hier können wir natürlich ein bisschen mit unserer Schulter spielen, muss man aber nicht. Und wenn wir wollen, wir können auch die Hüfte locker lassen. Hier noch. 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Und rutschig. Sein, sein. Und rutschig wieder. Pass auf, Mambo. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Schauen wir, rechte Seite. Das gleiche auf linke Seite. Three, links, rechts, 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 links, rechts, 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 rechts. Side to side. Fünf, rechts, rechts, rechts. Also gut, weiter funk. Dronschritt wieder. Okay, Zeit zu Zeit. Offen, schließen, offen, schließen. Grundschritt. Arriba. Achtung am Platz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arme dazu. Linken vor. Rechte Ellbohm. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, links vor. Rechte Ellbohm. 1, 2. Ellbohm. Bisschen dazu. 5, 6. Grundschritt. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Achtung, Achtung. Mambo. Hop. 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 1, 2, 3. Grundschritt. Side by side. Pasal. Arriba. Grundschritt. Link. Link. Malbo. Side to side. Offen schließen. Offen schließen. Offen schließen. Offen schließen. Arriba. Linken vor. Rechte Ellbohm. Linken. Und Grundschritt. Linken vor. Rechts zurück. Malbo. 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 Sehr gut. Weiter. Side by side. Arme hoch. Und jetzt kommen Kifa. Runter. 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 Und auf einmal gleichzeitig. Eine Seite. Arme auf der Seite. Offen schließen. Offen schließen. Achtung. Grundschritt. Links vorne. Und Mambo. Schauen wir mal rein. Arriba. Best. Achtung. Latinko. Obastung. Faro. Servo. Kreuzeln links. Kreuzeln rechts. Und Mambo. Link. Sechs. Link. Rechts. Vier. Arme hoch. Side by side. Arriba. Basiko Kuba. Kreuzeln hinten. Kreuzeln hinten. Halt. Halt. Okay. Kreuzeln hinten. Halt. 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 Kreuzeln links. Kreuzeln rechts. Halt. 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 Wenn ich auf der rechten Seite bin, dann bringe ich die rechte Hand hoch. Wenn ich auf der linken Seite stehe, dann bringe ich die linke Hand hoch. Halt. Hier habe ich die rechte Halt. 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 Schwanklage. Richt. Mit meinem linken Fuß. Jawohl. Halt. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Ziev... Das ist nur eine Position. Wirst meineτέle. Kruzeln. Kruzeln. Ok, was du guckst? Laten groß. Kruzeln hinten, kruzeln hinten. Side to side. Open, links. Open, rechts. Probier mal nach vorne zu kommen. Open und kruzeln vor. Adelante. Kruzeln zurück. Kruzeln. Kruzeln. Arriga. Ok, hallo. Adelante. Side to kruzeln. Side to kruzeln. Side to kruzeln. Felsi. Mal nach vorne zu kommen. Aber fähig mal. Open und kruzeln. Open kruzeln. 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 Probier mal die zwei noch mal. Adelante nach vorne und dras zurück. Mach euch bereit. Vier. Drei. Jetzt. Und. Open kruzeln. Open kruzeln. Und zurück. Face. Ok. Kruzeln vor. Kruzeln. Wig. Arme dazu. Lek. Leg. Hop. Linke. Hop. Aaf. Kruzeln. Platin. Cross. Kruzeln wieder. Kruzeln. Kruzeln. Mumble, vor, vor, nicht einfach hier unten, bringen die Füße ein bisschen weiter nach vorne, ja, zack, 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 eins, zwei, eins, zwei, links, rechts, Brutschriff, nach oben, Adelante, zack, 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 bandeucht manifieste, Man, boh! Hop, hop! Ladd in Cross! Side to side! Man, boh! Then, raso, abonniere! Time to recruit! Base in, grunschi! Trio! 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 Sehr gut! Okay, nächste Musik! Und dann make whatever we did. Now try to JDV Cross. Cross opera! We can first make without music! First, we first start with the left foot. And we are doing three steps behind and start with the left foot. 1,2,3. Ja, für diese drei Schritte werden wir unseren Platz tauschen, das heißt, wir gehen nach vorne, 1, 2, 3, der linke Fuß ist nach hinten, das Gewicht ist beim linke Fuß, und bei 4, 6, 7, wir machen das gleiche wie beim Grundschritt, 5, 6, 7, das bedeutet, der rechte Fuß geht einfach nach hinten, 5, 6 ist am Platz, und bei 7, wir sind wieder am rechten Bein. So, die ersten drei Schritte, wir drehen uns, 1, 2, der linke Fuß ist super wichtig, so ist hinten rechter Fuß bei 3, und das Gewicht ist schon bei linker Seite, und dann geht es auf 5, 6, 7, das machen wir nochmal, Drehung, 1, 2, 3, das ist unsere linke Schulter, das Gewicht ist auf linker Seite beim linken Fuß, und das rechte ist frei, dann geht es auf 5, 6, 7, Grundschritt, 1, 2, 3, und 5, noch einmal, E, 1, 2, 3, und jetzt Drehung für die erste 3, 1, 2, 3, der linke Fuß hinten, und 5, 6, 7, dann machen wir das gleiche, 1, 2, 3, mit der linke Fuß ein bisschen zurück, Rückgewicht auf linker Seite, und 5, 6, 7, Grundschritt, 1, 2, 3, und los, Cross Body, 1, 2, 3, und 5, 6, 7, 1, 2, 3, und 5, 6, 7, 1, 2, 3, und 5, 6, 7, 1, 2, 3, Cross Body, und wir gehen, Drehung, 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 linke Fuß zurück, 5, 6, 7, und wir kommen nach hinten wieder, 1, 2, linke Fuß zurück, 5, 6, 7, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber mit ein bisschen mehr Juckung, das geht besser und besser, Grundschritt, in, 1, 2, 3, und 5, 7, 8, und 1, 2, 3, los geht, in, 1, 2, 3, und 5, 6, 7, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, noch einmal, Grundschritt, 1, 2, 3, und pass auf, jetzt, links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, linker Fuß geht bei 1, und wir kommen zurück, 1, 2, 3, und 5, 6, 7, so, 5 ist immer rechte Seite, und 1 ist immer linke Seite, 1, 2, 3, und 5, 6, 7, 1, 2, 3, und Grundschritt wieder, wenn das zu viel ist mit der Bewegung vor und zurück, probieren wir zuerst ein bisschen mehr an Platz, Beispiel, 1, 2, 3, einfach drehen, 5, 6, 7, und 1, 2, 3, und 5, 6, 7, und wenn wir es schaffen, dann können wir den ersten Schritt ein bisschen größer warten, 1, dann kommt er 2, und dann geht er 3, und 9, 8, 9, 9, 10, X, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 19, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 11, 12,13, rechter Fuß und bei drei, wir drehen uns nach hinten, fünf, sechs, sieben. Okay, probieren wir einmal noch das gleiche, in Grundschritt, eins, zwei, drei, Crossbody, let's go, links, rechts, links und fünf, sechs, nochmal, und eins, zwei, drei und Grundschritt wieder, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, bereit, let's go, fünf, sechs, sieben, und eins, zwei, drei und Grundschritt vorne schauen, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, Crossbody, let's go, links, rechts, links, rechts, zurück, und eins, zwei, drei, nochmal, basic, eins, zwei, drei und fünf, sechs, sieben, Achtung, Achtung, jetzt geht's los, und eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei und fünf, sechs, sieben. Ich glaube, wir sind bereit, das mit Musik zu probieren. Zuerst, schauen wir mit den Grundschritt. Ready? Let's go! Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, Grundschritt, bleiben, bleiben, bleiben. Okay, Achtung, bereit, wir gehen linken Fuß, geht, eins, zwei, drei, bleiben hier. Okay, jetzt probieren wir beide Seiten, ohne Grundschritt zwischen, einfach hier und her, wir gehen und wir kommen zurück. Okay, let's go! Eins, zwei, drei und linken Fuß wieder vor, eins, fünf, Grundschritt zweimal. Zweite kommt, eins, zwei, drei, Frostball, ich, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, eins, acht, in diese Richtung. Und wir kommen wieder zurück. Und wir kommen wieder zurück. Probieren wir den Grundschritt. Auf, fünf, sechs, sieben. Ready? Let's go! Und wir kommen zurück. Grundschritt. und wir kommen zurück zu七, vier, fünf, sechs, sieben, sechs. rivals Caseが ur辦. Und wir kocheniere. robe, sechs, sieben, sechs, sieben, sechs, sieben, vier. Sehr gut, sehr gut. Der letzte Mal für mich. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, let's go. One, two, three, and five, six, seven. And one, two, three, and five, six, seven. Sehr gut, sehr gut. Wenn jemand fragt über den Cross Body Element, bitte schreibt mir in die Kommentare, ich schicke euch extra ein Video, kein Problem, macht man gerne. Okay, jetzt bin ich bereit für die Koriografie, Gladio, hier. Mach mal an so. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, zehn. Zeit, den Grundschritt. Fünf, sechs, zehn. Sofort Cross Body, das gleiche was haben wir bisher. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, zehn. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, zehn. Fünf, sechs, zehn. Und wieder einmal in den anderen Latten Cross. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Zwei basic. Achtung. Cross Body, let's go. Fünf, sechs, zehn. Ladin Cross. Linke kreuzeln, rechte kreuzeln. Und das gleiche noch mein Zweigunschritt. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, zehn. Achtung, Cross Body. One, two, three, and five, six, seven. One, two, three, Latin Cross sicht, seme. One, two, three, S護 sayung. One, two, three, S護 sayung. Open leans. Open leans. Open leans. Open leans. Open leans. ną, chaiseą. будем robotisch. Achtung. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, Latin Cross. One, two, three, S sle Plex. One, two, three, side to side. 1 2 3 4 Zweig, rutschen, die wir dann. Drei, zwei. Körnchen, die zwei. Körnchen, die zwei, die drei. Dreieckchen, kreuzchen. Sange open, links, open, rechts. Open, okay. From the top, wechsle. Und kreuzen von hinten, eins, zwei, drei, hocken die Seite, zwei Ambo, eins, zwei, nur zwei Ambo, gar nichts anderes, einmal links, einmal links, Achtung, und Seite, Seite, hocken, viermal, links, hock, rechts, hock, links, hock, machen wir zwei, eins, zwei, drei, drünche, hock, zweite, crossbar, vier, love you girls, zwei, noch, zwei, 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 eins, zwei, drei, zum Sektien, eins, zwei, drei, zwei Ambo, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, fünf, sechs, zehn, eins, zwei, so, Ambo, 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 Arriba, und Ambo, 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 Konzentration, Achtung, und, eins, zwei, eins, zwei, drei, fünf, sechs, zehn, eins, zwei, zwei Grundschirche, alles noch nach vorne, eins, zwei, drei, fünf, sechs, zehn, eins, zwei, drei, crossbar, die Kinn, eins, zwei, drei, fünf, sechs, zehn, durch, eins, zwei, drei, latin, cross, eins, zwei, drei, Platt, TMI side to side, one, two, three, Achtung, Ambo, Kinn, one, two, one, two, three, one, two, three, one, two, drei, one, two, don't shoot, zwei, eight. Crossbarbie, okay, latin, cross, Side bis Side. Side-Mambo in Manariva. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Side-Mambo in Manariva. Side-Mambo in Manariva. Cross-Body. Wir kommen in Söder. Latin Cross. 2, 3, Achtung. Open links, open rechts, open links. 2-Mambo in Manariva. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 1, und noch einmal. 2, ganz genau. 3 Mal Klatschen. 5, 6, 7, Latin Cross einmal. 1, 2, 4, S Undermeter. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 Mal Klatschen. 1, 2, 3, 56, 7, Mutta jos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7, Ahup. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Heim, hoffeln. Zweimal Mahm, noch einmal Arrila. Eins, zwei, hoch, hoch, hoch. Und Mahm, boh, Mahm. Mach mal ganz langsam nur die schwierigen Sache. Okay, was haben wir hier? 1, 2, 3 und 5, 7. 1, 2, 3 bei 5, 6 und 7. Wir haben dreimal klatschen untereinander. 5, 6, 7 gleichzeitig mit unseren Füßen. Das heißt, 5 rechte, 6 linke, 7 ist wieder der rechte Fuß. Dann geht der große Ball, wir gehen nach vorne. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Und pass auf, wenn ich das zweite Mal zurück komme. 1, 2, 3 und stand ich 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ich mache 5, 6, 7. Und jetzt, dieser linke Fuß ist schon von hinten einfach vorbringen. Und dann wieder. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Hier haben wir. Weiter. Rechte. Kommt nach hinten, linke. Hände von unten bis nach oben. Wir drehen uns. Jetzt ist der rechte Fuß vorne. Wir gehen jetzt auf rechte. Linke Seite offen. Rechte Seite offen. Linke Seite offen. Rechte Seite offen. Mambo. Mambo. Gewicht auf rechte Seite. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Gewicht wieder auf rechte Seite. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grundschritt. Achtung. 1, 2, 3. Groß Body. Let's go. 1, ganz normal. 5. Jetzt überkreuzen. 1, 2, 3. Und 5. Kreuzen. 6. Open. 7. Kreuzen. Und wir müssen die Wicht auf rechte Seite bringen. Und. Linke Seite kreuzen. Rechte Seite kreuzen. Linke Seite kreuzen. Linke Seite kreuzen. Wenn das zu viel ist, dann noch einmal kreuzeln. Das ist das vierte Mal. 1, 2, 3. Fertig. Wenn nicht, dann machen wir nur 3 lachen. 1, 2, 3. Achtung. 1, 2, 3. 5. 6. 7. 1, 2, 3. 5. 16. 1, 2, 3. 5. 1, 2. Und. 1, 2, 3. Und. 6. 7. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Und. Okay. Yes or yes? Yes. Let's go. 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 Untertitelung. BR 2018 2.0 wir sehen uns hier, ein paar Körpers, einmal bei der Körperspieler, und wenn wir sie wieder sehen, wenn wir sie wieder sehen, zwei Mal mit dem Hleiter, einen, zwei, ein, zwei, wir setzen sieben, ein, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, wir setzen es. 1 5 8 8 9 10 10 11 11 13 11 11 11 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 33 19 30 Das war's. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! In der Kroft ist hier! Auf Wiedersehen! Und dann! Mit der Seite offen! Röntgen! Haltgen! Malmö! 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 Achtung! Malmö! 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 Probier mal ein bisschen schneller! Okay! Malmö! 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 Fünf, sechs, ro Version! Fünf, sechs, sieben! Fünf, sechs, sieben! A • MUZIEK Applaus Wah, wah, wah! Wah, oh! La Chancel! Sexy! Oh ja, wir können natürlich weiter noch eine Stunde lang machen. Aber leider haben wir nicht so viel Zeit. So, ein letztes Mal. Und dann easy. Okay, ready? Five, six, here we go! Warte! 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 Okay, ready for! Große, guys! Andere Seite! Gindrink Wolfgang Andere Seite! Tschüssi, Papa! Auf Wiedersehen!